Thema dieses Films ist die Verhüttung von Eisenerz zu Eisen und die Herstellung von Stahl, das Stahlkochen. Metallisches Eisen gibt es in der Natur nur in gelegentlichen Meteoritenfunden. Ansonsten kommt Eisen natürlich nur als mineralisches Eisenerz vor, das vor allem in Brasilien, China, Australien und der Ukraine zumeist im Tagebau gewonnen wird. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. Untertitelung des ZDF für funk, 2017